Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale. Ähm... Tja. Oh, scheiß gerade noch. Okay, immer Feuerball. Wow. Ich habe, ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, episch im Deck. Und insgesamt habe ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Oh mein Gott. Die meisten habe ich im Deck. Tot tot! Tot tot! Ich hab ne Idee, auf den Turm, plus das, das wird was, ja, und dann greif ich schon mal in der Mutter an. Alter, ist ja viel gut. Das sollte ich nicht mal sein, wir sind gut, ne? Geil! Warte mal, ist die Kleintröhe schon angefangen? Ja, gut, gut. So. Jetzt wird es noch nicht mehr, die Kleintröhe. Ja, wo ist meine Kleintröhe? Ja, wo ist meine Kleintröhe? Okay, da war ich noch nicht mehr Kleintröhe. Kleintröhe. Und dann kommt das noch drauf. Ja, noch eine andere. Ja, nicht mehr, ich hoffe, ich rühre mal. Damit ich weiß, ich trotze. Ja, 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 ja. so 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 Jetzt kann ich den Korn drücken. 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 Und schau. Jetzt kann ich den Korn drücken. Jetzt kann ich den Korn drücken.